Willkommen zu meinen Wien-Tipps. Heute geht es weiter mit dem Wien-Rund-Omer-Dumm-Wanderweg, mit der Etappe 5. Die beginnt bei der Feuerwache am Steinhof und endet beim Bahnhof Hütteldorf. Es ist eine sehr kurze Etappe, sie hat nur drei Kilometer. Und ja, wir sind das letzte Mal nicht direkt bis zur Feuerwache gekommen, weil wir uns ein bisschen verlaufen haben. Wir haben das aber diesmal trotzdem nicht nachgeholt, sondern haben dort begonnen, beziehungsweise haben wir schon ein bisschen früher begonnen. Wir sind nicht mit dem Bus zur Feuerwache gefahren. Dorthin fahren die Busse 46A, 46B und 52B. Also es ist alles immer sehr gut öffentlich erreichbar. Wir sind aber schon ein bisschen früher weggegangen und zwar vom Otterkringer Bad. Wir sind mit der Straßenbahn 49 bis Leiserstraße gefahren und dann mit dem Bus 51A hinauf bis zum Otterkringer Bad und von dort schon weggegangen. Das war dann so vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten länger. Geht auch ein bisschen bergauf. Aber ja, dann Etappe 5. Es startet bei der Feuerwache und es geht dann durch die Steinhofgründe hinunter und durch den Dänepark. In den Steinhofgründen sind Hunde nicht erlaubt. Das heißt, wer mit Hund geht, der muss außen herum gehen, den Heschweg entlang und dann bei der Stegbrücke in den Dänepark hinein. Und übrigens den Plan vom Wien rund um den Dumm Wanderweg gibt es auch im mobilen Stadtplan. Und wenn man die Standortbestimmung einschaltet, dann kann man schauen direkt am Plan, wo man sich gerade befindet. Ja, also Steinhofgründe kann man dann sehr schön auf einem guten Weg spazieren. Da gibt es das Spital, also das ehemalige Otto-Wagner-Spital. Jetzt heißt es Klinik Penzing. Dort ist das psychiatrische Spital, das orthopädische Zentrum, das pulmologische Zentrum, eine Akutgeriatrie. Dann gibt es jetzt neu gebaut eine Reha-Klinik, wo auch Außenstehende Sauna und Schwimmbad benutzen dürfen. Während Corona nicht, wie es jetzt ist, weiß ich jetzt nicht genau. Was gibt es noch? Dann gibt es ein paar Pavillons, wo Lifebrain drinnen ist, die diese PCR-Tests auswerten. Dann gibt es seit einiger Zeit, noch nicht so lange, auch Wohnhäuser. Das war eh sehr umstritten. Und demnächst kommt die Universität von Soros auch dorthin, diese CEU Central European University. Und dann gibt es noch die Kirche zum Heiligen Leopold. Also sie wird immer genannt, die Kirche Amsteinhof oder die Otto-Wagner-Kirche. Aber ganz offiziell ist es die Kirche zum Heiligen Leopold. Und das Jugendstil-Theater von Otto Wagner auch geplant. Dann gibt es dort noch das Mahnmal für die Kinder und Jugendlichen, die zwischen 1940 und 1945 am Spiegelgrund ermordet wurden. Das sind über 700 Stelen als Symbol eben für diese Kinder und Jugendlichen. Und dann gibt es noch in dem Areal von der Baumgartner Höhe den Lichtblickhof. Die bieten Pferdetherapie vor allem für Kinder mit einer Behinderung oder mit einer Traumatisierung. Es ist auf jeden Fall sehr schön dort zum Spazierengehen, auch wenn man nur dorthin fährt. Es ist recht groß. Es gibt auch viele Bänke, wo man sich in die Sonne setzen kann. Und gegenüber vom Eingang bei der Feuerwache ist auch ein öffentliches WC. Das habe ich schon öfter benutzt, wenn ich dort laufen war. Ja, und der Weg geht dann weiter durch den Dänepark. Es geht dann immer bergab. Und man kommt dann letztlich auf die Linzer Straße, wo auch die Straßenbahn 49 fährt. Und die Etape 5 geht dann so weiter. Man geht statt einwärts die Linzer Straße bis zur Bahnhofstraße und die dann hinunter, das ist nicht mehr weit, bis zum Bahnhof Hütteldorf, wo die U4 und die S45 fahren. Wir sind aber dann nicht nach links, sondern nach rechts eingebogen und sind statt auswärts die Linzer Straße ungefähr fünf Minuten gegangen bis zur Endstation und sind dort eingekehrt in das Restaurant Brillisauer. Da war ich jetzt schon sicher ein Jahr lang nicht mehr oder länger. Und ja, hat mir dort so gut geschmeckt, dass ich gleich ein paar Tage später mit Andreas noch einmal hingegangen bin, abends dann. Und ja, darüber habe ich in der letzten Folge vom Podcast schon erzählt. Zum Dänepark muss ich noch was sagen. Das ist ein sehr schöner Park, wo ich oft als Kind und als Jugendliche war. Es gibt auch einen sehr schönen Spielplatz mit Schorkeln und anderen Geräten. Er ist aber erst seit 1973 für die Öffentlichkeit zugänglich. Davor war es privat und ich muss sagen, das war mir gar nicht so bewusst. Da war ich sechs Jahre alt und ja, ist gerade zur richtigen Zeit passiert. Benannt ist der Park nach dem Zuckerbäcker Däne, den wir schon von der Konditorei Dämüll kennen. Und mein Vater liest einen kurzen Ausschnitt aus Wikipedia vor über den Däne-Park. Der Däne-Park wurde ursprünglich als Landschaftsgarten für die Fürstin Maria Antoine Paar, geborene Lichtenstein, errichtet. Er wurde in den Jahren 1791 bis 1804 von Friedrich Mayern entworfen. Er wurde ursprünglich im Stil eines englischen Landschaftsgartens errichtet. Durch verschiedene Bauten, wie Tempelchen, Pavillons, Grotten und Gebäude, bekam der Park ein biedermeierlich-romantisches Gepräge. Diese Elemente der Gartengestaltung verschwanden allerdings im 19. und 20. Jahrhundert zum Großteil wieder, bis auf die neugotische Ruinenvilla aus dem späten 18. Jahrhundert. Seinen Namen bekam der Park von dem Zuckerbäcker August Dähne. Dieser verdiente im 19. Jahrhundert mit seiner Konditorei am Michaela-Pnaz, Klammer später Konditorei Dämüll am Kohlmarkt, sehr gut, sodass er den Ertrag in das große, bewaldete Grundstück bei Hütteldorf investierte. Jahrzehnte später kaufte der Wiener Filmregisseur Wille Forst dieses Gelände und errichtete dort eine Villa. Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigte die Gemeinde Wien Interesse am langsam verwilderten Park, erwarb diesen 1969 käuflich von Forst und machte ihn ab 1973 der Öffentlichkeit zugänglich. Seither steht der Däne-Park in der Verwaltung und Betreuung des Forstamts der Stadt Wien. So, das war das fünfte Stück vom Rund um der Dumm Wanderweg. Ein sehr kurzes und sehr leicht zu gehen, weil es geht fast immer bergab. Und das nächste Mal geht es dann durch den Leinzer Tiergarten, da freue ich mich schon drauf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf wien-tipps.info Zuhören und bis zum nächsten Mal.